gefreut ja zwar bei uns das neben schlacht schon gemacht ist das ende marcia immer mal zwei kappels genau das abhacken und schien kompletten jetzt ist ja auch noch eine truhe hier unten will ne mal einer mithacken auf der seite oder so na gut nein ich hacke jetzt wo ist denn ne spitze hack ne hacke spitz ich hab eine aber da kann er da hinten mal die fackeln entfernen wo ist denn da hinten da hinten ja bist du ganz sicher master ja da brauchen wir jetzt nicht mehr da können die monster spawnen bist du absolut sicher nein ich weiß ok ok dann lass uns das jetzt ausdiskutieren ok fertig ausdiskutiert komm weg oh ok ich glaube ich schlägst gleich ein mhm soll er sich mal anstrengend dass er nicht einschlägt klappt klappt war sound aus ja wir hören das dann sind sie schon eins zwei drei vier fünf oh mein gott da kommt schon die creeper und endermänner oh mein gott ehrlich ja lächerlich man hat sich noch einmal die fackeln weg das alles schon wieder da eins zwei drei vier fünf und da kommt wieder einer hin eins zwei drei vier fünf vielleicht sollte ich mir ein stein schwert machen ähm aber und dass den rest alles ablegen weil du wirst höchstwahrscheinlich sterben wenn die creeper explodieren höchstwahrscheinlich und wir sind am besten noch ok ganz ruhig mach für dich träg mal ein schwert mit jo nice ich snack mich hier währenddessen das kad воз die weg wo ist das schwert wo ist das au wo ist die treppe plaat warte ich lege das hier in die truhe und dann gehen wir beide erst nochmal sterben ja dann den steinschwert ist der andere aber angearscht Ja, ich bin noch drüber gekommen wegen dem Schlag Oh mein Gott, ich habe einen Eimer dabei gehabt Nein, hattest du nicht Ich hatte einen Eimer dabei, gucke in der Ruhe nach Ja, du hast ihn runtergepackt, den Eimer Ja Oder du hast ihn vorher weggeworfen Ja, der ist noch da Mit Steinschwert Weiß ich nicht, guck nochmal nach Wow Alter, das sind ja viele Gegner Echt blind, ey Ja, du bist so blind Du bist so blind, du bist so Du bist so, 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 du bist so Du bist so ein Wichser, Master Es ist unglaublich Du bist so unglaublich, Alter Ja, ich wollte nur die Knochen haben Dann ist das schon gut Aber du Hallo, das ist nicht unser Gang gewesen, ja? Ja, was kann ich denn dafür, wenn die in dem Gang da drin sind? Warum explodieren die so schnell? Für den Arsch Jetzt brauchen wir neue Fackeln und Wer hat hier die Samen weggemacht? Wer hat das weggemacht? Hier ist ein Samen-Dings weg Auf der rechten Seite konnte ich jetzt Äh, okay Weiß ich nicht, die Pumpkin Seeds sind da wohl weg Hä? Na, das rechte ist Melone Und wo sind die Pumpkin Seeds hin? Weiß ich nicht, ich war nicht hier Gerade waren die noch, glaube ich, da, oder? War auch nicht Weiß ich nicht Tja, dann cheater uns mal die Dings wieder Pumpkin Seeds Äh, da sind schon wieder 50.000 Monster erschienen Aber Hauptsache keine Creeper Oh mein Gott, das ist ein Creeper Jetzt muss ich ein Game Mode machen Game Mode? Der Pumpkin zieht sich nicht Ich habe Schießpulver Sehr gut, können wir TNT machen Zwei sogar, ja, dauert noch ein bisschen Ich habe nur gerade ein Problem Weil er direkt vor mir Ein Skelett ist Ich habe keine anderen Monster Vielleicht funktioniert der Knochenmel auf Pumpkin Seeds nicht Doch, ich habe da jetzt hingekriegt Okay Da sind sie viele Monster Oh, zwei Skelette Oh, da kommen Zombies Ich mache den recht Nicht runterfallen lassen Was? Freut, das ist unkunst geleist Ich habe es gehört Da ist es, diese Sau Oua Tschüss, du Dreckspinne Oh mein Gott, ich habe eine Spinne hier Oh, ich habe noch anderthalb Herzen Oh mein Gott So, jetzt kann ich wieder fighten gehen Einerthalb Herzen, no problem Master, passt doch dein Leben auf, ne? Ja Wie viele Monster da sind, Mann? Danke Das Skelett hat es wieder zu mir geschossen Ich habe noch ein halbes Herz Ich habe noch anderthalb Herzen Er will es doch auch Jetzt gebe ich den Klopfer Also von mir Guck mal, ich lasse mich jetzt abballen Scheiße Wee 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 Oh mein Gott Woo Master, du bist vergiftet Achso, du hast das Fleisch gegessen Nom, 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 nom Nom, nom, nom Klapp, faffa Fall nicht runter Aua Au Ja, sicher auch so Was machst du da für akrobatische Übungen Hast du ihn ja Xubat genannt? Ja Weil er mich auch Xubat genannt hat Nein Ich dachte, das schaffe ich Wurde von einer Spinne getötet Ja, also wirklich, Master Ist doch schon bald peinlich, ey Oh Ich war nicht Ich habe noch anderthalb Herzen Ja, und er von einem Skelett Ja, wollte ich da auch Ich wollte nicht mehr viel essen Lass mal, lass mal, lass mal Nein, hör auf Du bist so ein Wichser, Master Alter, das ist unglaublich, Mann Wenn ich Das ist ein Pumpkin erschienen Ich will aber eine Melone draus haben Ja, wer hat mein Schwert genommen? Ne, hab ich genommen Du hast mein Schwert genommen, Master Warum müsst ihr euch gegenseitig schlagen? Du hast Erfahrung Ich will sie haben Wow, die haben Aimbot Er legt da einen Schwert in den Faden Hallo? Hallo? Ah ja, ist ja schön Kannst du auch gekämpft? Wie viel Zeug da drin liegt in der Kiste Oh, Gott Ja, bitte? Kopfer, keine Müdigkeit vorschützen hier Doch Warum? Irgendwann krank Aber wir sind doch alle ein bisschen krank Im Kopf sind wir alle krank, aber Du bist körperlich auch krank Möchtest du uns von deinen Leiden erzählen? Möchtest du uns von Melody erzählen? Ich hab alles Was hast du? Alles Alles? Was ist denn das für eine Krankheit? Woher haben wir bitte so viele Seeds? Für die Melonen? Die hab ich gerade abgebaut und hingeplantet Ist ja unglaublich, Master Wie kannst du sowas nur tun? Wie kannst du sowas nur tun? Wie kannst du sowas nur verantworten, hä? Warum bist du gerade im Nether? Hab ich geguckt, ob man da noch was abbauen kann Ne, ich hab alles abgebaut Und kann noch was abbauen Zwei, drei Mal Glowstone könntest du nur Die kann ich noch abbauen Ja, aber ob man die alle kriegt, ist nicht Frage Ich hab auch mindestens 75% runtergefallen Wie ist der Klopfer? Jedes Mal runterfallen, ja? Kannst du uns doch nicht antun Ja, ich hab noch drei Glowstone Dust Komm Ist ja cool Cool? Cool So, was haben wir hier sonst noch? Sand, Eimer Glowstone Ich glaube, er will sich umbringen Wer fällt dir eigentlich die ganze Zeit runter? Ich frag mich schon die ganze Zeit mehr Master Sonst gar nicht Doch So Ohoho Kann ich die Kisten nicht mehr öffnen? Welche Kisten? Gar keine Kisten mehr Ich will keine Kisten mehr aufmachen Dann stirb dich mal Gib mir dein ganzes Zeug Hast du nur drei Glowstone gehabt? Ja Oh, und ein Eimer Ja, ja, lach eigentlich Der Eimer ist hier drinnen So hast du mich fast getrollt, Master Hey Ich weiß nicht Ist ne Lüge Ich stecke Warum stecke ich hier fest? Okay Ich stecke hier nicht mehr fest Ich hab Angst Oh mein Gott Verdammt Da vorne Wer im Sneak-Modus da rüberläuft Körper, was ist los mit dir? Ich bin krank und müde Warum bist du müde? Weil ich krank bin Warum bist du krank? Ein bisschen krank ist doch jeder von uns Oh, gib weg! wenn es war mit der ich hatte ich hatte ja ich hatte dass ich habe das in der Fettdachst da hat ich bin da hat ja so ist das Pumkin ist fertig um wachsen die Pumkin zu schnell Weiß ich nicht. Klopfer, wollen wir ein schönes Bad nehmen? Okay, klang ein bisschen doof. Wer sorgt für die blubbernden Blasen? Der letzte da reinkommt. Sind wir bescheuert, ey. Hehe, bescheuert. Da hast du allerdings recht. Und was machen wir nun? Kann man die einfach so abbauen, die Dinger hier? Einfach so kaputt? Und wie kann man die hier jetzt zusammen machen? Warte. Aber wir brauchen keine mehr. Brauchen jetzt... Das wäre ich auch so. Klopfer, wie geht's da so? Scheiße. Sieht das kacke aus. Ezra mit dem Kirchenskopf. Mein Gott. Aua! Apfel. Ich hab mal Apfel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der war schlecht, ja. Mein Gott. Ich hab mal. vegetable ich weiß. Vielen Dank.